Wir sind nicht hier, um uns darüber zu streiten, um wem welches Land gehört. Unsere Seelen sind gerade in Gefahr. Können wir uns alle auf einen Waffenstillstand einlegen, solange wir uns mit dieser momentanen Krise befassen? Wenn wir uns weiter auf diese Weise streiten, werden wir noch alle umkommen, oder Schlimmeres? Einlegen wir uns doch bitte auf einen Waffenstillstand. Ich habe nicht vor, Eotas in aller Ruhe seinen Plan durchführen und uns alle auslöschen zu lassen, während wir hier miteinander streiten wie kleine Kinder. Aber was ich sagen will, ist, dass das Schicksal von Gokai so nicht nur die Hohana etwas angeht. Ich glaube, ich verstehe, worum es geht, wenigstens das Wesentliche. Den Gedanken verloren, reibt sie sich mit den Pistolenlaufen auf die Unterseite des Tins. Dann schenkt sie dir ein listiges Lächeln. Während diese hirnlosen Teufel sich gegenseitig an die Kehle gehen, werden wir Prinzen, die uns durch die Stürme kämpfen und die Goldene Stadt plündern. Willst du das noch offener sagen? Was auch immer Eotas in diesen Ruinen sucht. Wir werden es finden und dann werden wir es an den verkaufen, der uns am meisten dafür zahlt. Entweder das oder ich und die meinen, wir sitzen beim Untergang der Welt als Zuschauer in der ersten Reihe. Wenn wir Hohana uns nicht unseren Anfang zurückholen können, werden wir unser Ende rasch heranlernen. Die Götter werden uns danach beurteilen, wie verpflichtet wir uns Ukaizo fühlen. Wirst du es so gut bewahren wie dein Palast heute? Sie schaut die Piraten bedeutungsvoll an. Ukaizo hat euch einmal gehört, aber ihr habt es verloren. Inzwischen plagen die Stürme von Undras Mörsa auch Raotai. Wir werden Hagrin dabei helfen, Eotas aufzuhalten, aber wir werden die Zukunft unseres Landes nicht sanften, unerfahrenen Händen überlassen. Wir hoffen, Hagrin stimmt uns darin zu. Sie nickt dir zu. Im Todesfeuer gibt es zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die diesen Ort seit unendlichem Zeit in ihrer Heimat nennen und die Opportunisten. Onekazo bedenkt die versammelten Würdenträger mit einem bösen Blick. Ich habe deinen Vorfahren gesehen. Der war ein Wrack. Sobald wir Hohana Ukaizo wieder unter unserer Kontrolle haben, können wir die Ordnung wiederherstellen, die wir seit den Tagen unserer Vorfahren nicht mehr erlebt haben. Sie nickt langsam und zieht dich dabei unverwandt an. Ach, Ordnung. Und die einzige Frage ist, ob es die Ordnung von Ignoranz und Tradition sein wird, ob es die Ordnung von Ignoranz und Tradition sein wird oder die der Eroberung. Die Geheimnisse, die auf Ukaizo zu finden sind, können sich nicht in Worte fassen lassen. Diesen Traum werde ich so leicht nicht aufgeben. Mit diesen Worten dreht sich Castrum um und marschiert davon. Seine gesamte Haltung verrät Entschlossenheit. Ohne sich von den anderen zu verabschreiten, bedeutet all dies, ihrer bewaffneten Mannschaft ihr zu folgen. Und die Praten ziehen sich ebenso schnell wieder zurück, wie sie aufgetaucht sind. Ich würde mal sagen, Wächter, die Zeit ist gekommen, deine Unabhängigkeit aufzugeben. Jeder von uns kann dich nach Ukaizo bringen, aber nur einer von uns wird wirklich an deiner Seite stehen. Onikasa betrachtet dich forschend und bedeutet dann, einem Diener den Saal zu räumen. Ja. Okay, also der Prinz will mit uns reden und Seraphin hat auch noch was. Ahoy Captain, häufst du mal kurz her. Seraphin seufzt und kneift mit Zeigefinger und Daumen seine Nasenbrücke. Xoti ist ein nettes Mädel, aber naja, sie hat mich gebeten, in ihren Gedanken herumzustochen. Ich sagte, dass ich nichts gesehen habe, äh, dass ich an ihr abbreite, aber das war gelohnt. Und was hast du gesehen? Dunkelheit Captain, nur ein wenig, dann feuert die Eisenasche verwandelt. Die Eisenasche verwandelt, also mehrere Feuer. Er schaudert und du spürst, wie ein kalter Schau über ihn läuft, wie ein stürmischer Wellengang. Er spürt über dich hinweg. Auf dem Hauptdeck der Defiant 4 kommst du wieder zu dir. Irgendwas Unsichtbares drückt von oben auf dich herab. Du hörst das Häus des Schiffes unter dir ächzen. Weiter zuschauen. Du bist ganz allein mit Ausnahme der Leichen. Seraphin, Eder, Ider, Xoti, Aluf und so viele andere. Ihre beiden offenen Augen reflektieren den brennenden Himmel und das dunkle Meer unter dir. Das dunkle Meer unter dir strudelt, als ob es kochen würde. Mit einem Knall wie ein Donner bricht das Schiff in zwei und du fällst ins Wasser. Es ist ja wieder so kalt, dass es brennt oder so heiß, dass es dich gefrieren lässt. Was? Ist das richtig rum oder falsch rum? Keine Ahnung, dass es dich gefrieren lässt. Die Sillusion verschwimmt und du kommst vor dem blauen Orlada wieder zu dir selbst. Das war unangenehm. Ich habe eine Sekunde in ihrem Verstand angekratzt, aber ich spüre, wie mich etwas hineinzieht und gefühlt tagelang festhält. Ich habe es noch nie gesehen, wie es so ist. Manchmal bekommen alte Seemänner Albträume, dass ich sie nicht rumfüllen kann. Aber sie sind meistens nicht der Apokalyptik. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Manchmal bekommen alte Seemänner Albträume, dann kann ich nicht problemlos in ihre Gedanken herumwühlen. Aber sie sind nie derart apokalyptisch. Wenn du es wärst, würdest du es wissen wollen? Seemänner Albträume schaut mit zusammengekniffenen Augen auf seine Stiefel. Ein guter Punkt, Kapitän. Wir verdienen alle eine Chance, unsere Dämonen loszuwerden. Vielleicht kann ich dem Mädel helfen, die Lage zu ihrem Vorteil zu wenden. Ja, also... Der Prinz sagt... Lass uns sprechen. Vielleicht, dass wir noch dazu in der Lage sind. Was sagt denn meine... Er wartet im Feuer, ist abgeschlossen. Ich habe mit Eotas gesprochen. Ich konnte ihn nicht von seinem Plan, das Rad in Okaizo zu zerstören, abbringen. Gut, und jetzt haben wir... Der aufkommende Sturm. Eotas hat Magrans Zähne hinter sich gelassen und dringt jetzt den Ondras Mörser vor. Er ist unterwegs zum verlorenen Insel Okaizo. Nur in alles das seetüchtige Schiff kann die Fahrt durch Ondras Mörser überstehen. Eine der großen Mächte, die miteinander um die Herrschaft oder das Todesfeuer konkurrieren, könnte dabei hilflich sein. Wenn alles andere fehlsteht, wäre es immer noch besser, das Schiff selbst auszurüsten, als gar nichts zu tun. Kein Zweifel, die ansässigen Mächte werden mich dafür einsparen wollen, sie in ihrem Bestreben zu unterstützen, Okaizo zu erreichen. Wenn ich mich einer von ihnen verpflichte, bringe ich am Ende alle anderen gegen mich auf. Ich könnte es natürlich auch im Alleingang versuchen, aber die Defiant 4 kann die Reise ohne wesentliche Verbesserung unmöglich überstehen. Ich bräuchte den allerbesten Rumpf und die allerbesten Segel, die es im Todesfeuer gibt. Das Hauptkartett der Valianischen Handelsgesellschaft befindet sich am Ankerplatz der Königin. Das Hauptquartier der Huaner befindet sich im Kahanga-Palast in der Schlangenkrone. Ich habe den Schwarzwölfrumpf erhalten. Auch wenn er mein Schiff nicht unzerstörbar macht, wird seine Stärke mir doch dabei helfen, die Stürme in Ostmorsor zu überstehen. Ja, das Hauptquartier der Königin-Toros-Vorgersellschaft befindet sich beim Kaiserslichen Kommando. Ja, die Prinzipien-Patreon organisieren ihre Leute am Freundenfeuerleuchtturm auf der Insel Stauholz. Trage ich eigentlich auch das Schwarzholz? Ja. Nur ein besseres Segel, hm? Aber was hast du zu sagen? Ich sage, es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Schiff aus Margras-Zene im Hafen einläuft. Ich hoffe, du bist die Halt zu versenkt. Arui mustert sich sichtlich beeindruckt von oben bis unten. Unsere Feinde können gar nicht schnell genug nach Okaiso kommen. In ihrer Panik und Hass vergessen sie selbst noch den Vorwand einer bestimmten Strategie dabei. So oft bedeutet Arui, dir offen zu sprechen. Ja, ich könnte ihn über Okaiso fragen und über das Kartensystem in Nekataka. Fangen wir ihn doch mal. Habe ich mich verlesen und das war Kastensystem, gleich wie überall sonst im Turmsfeuer. Mataru beurteilt unsere Seelen bei unserer Geburt und organisiert uns, um das Überleben des Stammes zu sichern. Arui hält kurz den Umblick finster drein. Ich bin nicht der Erste, der das sagt, aber Nekataka hat mehr Wände als Strände, mehr Straßen als Lichtungen und mehr Leute als Fische. Ja, Aruiparu sind die Niederste und Mataru sind die Höchste. Priester und Krieger und billige Arbeiter. Ja, in Zeiten der Not als Erste zu verhungern. Nach ihrem Tod ist für die Ruparu die Wiedergeburt in die Klasse der Kwaru oder Mataru vorbestimmt. Woher wissen die, dass man früher ein Ruparu war? Nirgendwo in der Stadt sitzt ein Ruparu am gleichen Feuer wie ein Mataru. Nekataka stellt unsere Tradition auf die Probe, sag ich. Zurück zu meinen anderen Fragen. Ja, Kastensystem, nicht Kartensystem. Okay. Ich will mir über Kaizo erfahren. Meine Schwester würde sagen, dass Ukaizo der Geburtskanal der Stämme ist und wir dazu auserkoren sind, zurückzukehren und uns selbst neu zu entdecken. Frage Onikaze, falls du mehr wissen möchtest. Sie ist die Historikerin der Familie. Ich bin das Waffenlager der Familie. Na dann lebt mal wohl. Gibt es hier noch irgendjemand Wichtigen zum Reden? Na, ehrlich gesagt nicht. Gut, ich will mich jetzt erstmal nicht direkt drauf festlegen, mit wem von den Vieren ich mich verbünden will. Eigentlich möchte ich gerne herausfinden, wo ich das Segel noch hier nehmen müsste, um alleine zu segeln. Da müsste ich aber wahrscheinlich wieder ins Wiki spicken. Und mich gerade fragen, wann geladen hat. Die verbrannten Bücher in deinem Bündel werden warm. Okay, das Buch bringt es nicht. Habe ich noch mehr Bücher? Ich habe auf jeden Fall Grog und Nimdok. Und ja, Konzelhauts Schädel. Aber büchermäßig habe ich hier, glaube ich, nichts mehr. Über die Wirksamkeit der Ebenen, das Todesfeuer und eine zerfetzte Notiz. Und hier, Traumtagebuch, Tagebucheintrag, Tagebuch, Tag, Rezept für gestandene Fleisch. Probiert den Kleintierschnitzel. Probiert den Kleintierschnitzel, ne. Ne, ich sehe hier nicht wirklich irgendwas. Ja. Bei Vorwärtsspringen hat sich nichts geändert. Nö. Wir versuchen sie uns einfach mal, da hinzugehen. Einfach mal nur direkt die heilige Treppe. Du warnest dich die Slums von der Kartak, als die Platzstraßen plötzlich menschenleer wird. Okay. Okay. Okay.